Mit dem Förderprogramm, dem Minimis, könnt ihr richtig Geld sparen. Die Förderperiode läuft immer von Januar bis September. Genaue Daten findet ihr auch bei uns auf der Website. Und wie ihr von dem Minimis Programm profitieren könnt, das zeigen wir euch jetzt. Bei dem Minimis Förderprogramm handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen der EU und der BAG, dem Bundesamt für Güterverkehr. Ziel ist es, die Sicherheit und den Umweltschutz im Güterverkehr für schwere NKW zu fördern. Jedes Unternehmen, was NKW besitzt, aus eigenem Bestand mit mehr als 7,5 Tonnen, kann Antrag stellen für Förderung. Ja, und die Förderung beträgt pro förderfähigem Fahrzeug 2.000 Euro. Der Maximalbetrag sind 33.000 Euro. Alle förderfähigen Artikel sind in unseren Katalogen gekennzeichnet. Das kann zum Beispiel sein Beleuchtung oder zum Beispiel auch unser Abbiegeassistent. Gerne hilft euch unser Mitarbeiter im Innendienst weiter, wenn es um die Frage geht, was ist förderungsfähig. Ihr erreicht sie unter der Rufnummer 06104 608 250. Außerdem arbeiten wir mit dem Dienstleister EasySub Plus zusammen. Dieser Dienstleister unterstützt euch bei der kompletten Abwicklung des Förderprogramms. Damit könnt ihr Kosten und Zeit sparen. Nutzt eure Chance noch innerhalb der Förderungsperiode Geld zu sparen. Für weitere Rückfragen wendet euch gerne an uns. Ja, weitere Infos findet ihr natürlich auch im Beschreibungstext hier im Video oder auf unserer Homepage.